Halleluja! 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 Heute ist der zweite Advent, noch zwei Wochen bis Weihnachten. Dann wird hier in der St. Martin-Kirche in Lübeck das Krippenspiel aufgeführt. Alle sind schon ein bisschen aufgeregt, es wird ordentlich Kostüm genäht und geprobt und Text gelernt. Aber wir bereiten auch die Live-Übertragung im Internet vor, denn man kann unser Krippenspiel auf der ganzen Welt verfolgen. Dafür müssen wir jetzt gleich hier oben aufs Kirchendach und die Glocken aufnehmen, denn ein Krippenspiel ist zwar eine Menge Theater, aber es ist auch ein richtiger Gottesdienst und jeder Gottesdienst fängt mit den Glocken an. Halleluja! 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 Halleluja